Hallo und herzlich willkommen zur LS19 Challenge auf dem Zwei-Stand-Hof mit dem Mikado und dem Tiger Farm. Hallo. Wir hatten beschlossen, dass Tiger Farm heute bei dir ist Mikado. Von dem her wünsche ich euch viel Erfolg und gutes Gelingen und bis später. So, dann bin ich heute mal ein bisschen alleine und ich hatte eigentlich vor, dass das Lohnunternehmen bei mir morgen fehlen. Das Stroh abfährt. Vielleicht kümmern wir uns heute auch mal etwas um die Silage. Darum wollten wir uns eigentlich in der letzten Folge schon kümmern. Aber irgendwie ging das nicht. Jetzt würde ich gerade mal gucken, was wir uns an Mietfahrzeugen leisten können. Ich glaube, der ist viel zu teuer. Ne, den könnten wir uns mieten. Ich probiere es einfach, weil damit konnte ich dann auf jeden Fall die Silage in der Ammergauermip weg transportieren. So. Äh, so. Ich hoffe mal, Mitato sieht das jetzt nicht unbedingt. Sonst denkt er sich, was denn da los? Oh, der Sackrugpack ist ein bisschen im Weg. Nein. Ups. So. Ähm. Ne, das funktioniert auch nicht wirklich. Aber ein krasses Teil, was wir hier am Start haben. Ich hoffe mal, dass ich damit wirklich die Silage wegkriege. Wenn ich sie wegkriege, dann, ähm, haben wir ein gutes Schnäppchen gemacht. Weil Mikado hat sie ja letzte Folge nicht wegbekommen. Und deshalb meine Hoffnung, dass es hier geht mit dem Radlader. Wenn es geht, dann werde ich ihm den wahrscheinlich auch zur Verfügung stellen. Wenn es nicht geht, dann, äh, haben wir beide ein Problem. Und ich habe nochmal 9000 in Sand gesetzt. Oh, der langt, der lenkt so langsam. So, ich habe übrigens keine Ahnung, was Mikado den Lohnunternehmer machen lässt. Wenn ihr Bock habt und hier mitspielen wollt, könnt ihr euch gerne bewerben. Unter, äh, der E-Mail-Adresse warunamg, äh, Quatsch. marunamcmc at gmail.com oder einfach hier unter dem Video einen Kommentar darlassen. Und euer Interesse bekunden. So, ab 21 Uhr wird übrigens, ähm, hier mit 120-facher Geschwindigkeit gespult. Hoffentlich geht es. Hoffentlich geht es. Wenn es nicht geht, dann, äh, ist doof. Bitte, bitte, bitte. Oh, es scheint wirklich, dass dieses Silo nicht Multiplayer-tauglich ist. Was passiert denn, wenn ich da jetzt neues Zeug draufkippe? Ich probiere mal das mal aus. Ich hab, äh, das ist halt einfach ein bisschen doof. So, wenn ich hier jetzt neues Zeug abkippe, was passiert dann? Das geht gar nicht, oder was? Ne, das geht nicht. Ah. Demit, demit, demit. Ich probiere es jetzt nochmal von der anderen Seite. Aber ich vermute wirklich, es geht nicht. Und das ist sehr ärgerlich. Weil eigentlich gehört uns das Land. Wir haben das extra gekauft. Und es wunst halt doch nicht. So, Werkzeug aufklappen. Ist doch aufgeklappt. Äh, abkoppeln, hupen, Kamera wechseln. Wir hätten hier noch 100.000 Silage drin. Wir hätten hier noch 100.000 Silage drin. Das geht nicht. Aber keiner kann mir sagen, warum. Naja, okay. Klopfe, 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 klopfe. Ja, ja. Hallo. Äh, hallöchen. Ähm, Mikado, hattest du das Silage jetzt schon verkauft oder nicht? Ne, das habe ich noch nicht verkauft. Okay, ich habe es jetzt gerade nochmal mit dem Radlader ausprobiert. Ähm, es geht auch nicht. Das aufzumachen? Ja. Ähm. Äh, vielleicht mit dem Frontlader versuchen. Äh. Haben wir schon. Ja, stimmt. Hatte Mikado in der letzten Folge probiert. Ähm, dann werde ich wohl mein Silo verkaufen. Aber du hast dann auch deine Entscheidung. Ja, dann verkaufe ich meinst du dann, glaube ich, auch weil das bringt mir ja dann eigentlich nichts mehr. Äh, vorbei, warte mal. Wir haben das normale gekauft. Ich habe das normale gekauft. Hast du das gemoddete gekauft? Ja. Und damit ging es auch nicht? Ne. Äh, okay. Dann könnte das vielleicht äh, einfach daran liegen, dass wir das mit dem Überladewagen gemacht haben. Vielleicht soll man das einfach nicht damit machen. Ja, aber es ist ja frei. Aber das müsste sich dann trotzdem weiter öffnen. Meiner Meinung nach. Okay. Ja, gut. Ähm. Dann hätte man das auf jeden Fall geklärt. Ich habe nochmal kurz 9000 in Sand gesetzt, weil ich mir den Radlader gemietet hatte. Aber was soll's. Naja. Das ging alles zu dem Projekt. Ja. Genau. Genau. Okay. Gut. Dann bis später. Bis später. So. Hm. Schade. Aber können wir nichts machen. Ähm. Ich werde das Gras hier mal noch... Das kann ja nicht sein. Ist es Silo? Ist es... Dieses Fahr-Silo-Geschichte, ist die nicht Multiplayer-tauglich? Ist doch doof. Hä? Was mache ich denn? Ähm. So. Gut. Was brauchen denn die Schafe noch? Die sind eigentlich glücklich. Ist okay. So. Wir müssten eigentlich noch düngen. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Dünger da. Von dem her... Warten wir vielleicht auf einen Lohnunternehmer in der nächsten Folge. Und dann darf der zuallererst mal unser Feld düngen mit seinen Maschinen. Und wir werden das Strom mal abfahren, denke ich. Wobei ich auch überlegt habe, ob wir ähm... unsere Wiese als Feld machen. 24 gibt es immer noch für Stroh. Das ist eigentlich recht gut. so. Wir müssen einfach Geld verdienen. wir müssen nächste Folge auf jeden Fall einen Wohnunternehmen beschäftigen der kostet uns Geld ich könnte noch gucken, ob wir ein paar Bäume fällen können weil da könnte man dann noch Geld mit verdienen irgendwie müssen wir ja an Kohle kommen wir könnten übrigens mal ein bisschen Industrie Spionage betreiben was macht denn der Lohnunternehmer hier der ist da hinten unterwegs, ok schauen wir mal äh, bin ich hier überhaupt richtig? ich wollte das Stroh verkaufen Akroma beim Shop macht der eigentlich Ballen aus seinem Stroh oder nicht? der macht ja krass der macht bestimmt Silage Ballen was hat der da für Equipment? wir könnten gleich mal Spickeln gehen nein oops wir können uns bestimmt auch einen Düngestreuer leisten, aber wo ist er denn? 20.000? ne, können wir nicht wenn das Stroh abgefahren ist dann schon, aber vorher nicht dann wird es nicht mehr so, wie ich es auf es hat nicht mehr Also der darf bei uns auf jeden Fall unser erstes Feld dünnen. Und wir haben ja nur eins. Vielleicht die Wiese auch noch gleich. Die kann man ja auch dünnen. Und dann könnten eigentlich auch noch... Dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mähen mit dem Butterfly und dann kann er im Nachhinein das Zeug schwaden. Jetzt wird er glaube ich die kompletten 20 Minuten richtig eingesetzt. Dann machen wir nächste Folge Silageballen noch. Dann können wir damit Geld verdienen. Der Preis war gerade sowieso am steigen wenn ich das richtig gesehen habe. Das sind 2000 pro Ballen. Das ist schon okay. Das muss man nochmal wenden. Wegen so ein bisschen. bis bald. Circa drei Minuten noch. Hey, heute habe ich getrunken, nicht Mikado. Können wir uns eigentlich so einen Ballenpickler leihen? Was kostet denn der? Der Rundball gemietet. Das ist ja günstig, 4000. Können wir auch Rundballen machen und die verkaufen. Ah, da habe ich doch was gesehen. So, wir werden es nicht mehr schaffen noch eine Ladung zu verkaufen, aber das ist gar nicht so schlimm. Da haben wir in der nächsten Folge auch nochmal Zeit, vor allem wenn der Lohnunternehmen bei uns ist. Das ist nicht mehr. Huh. So, wenn euch übrigens die Aufnahmezeiten abschrecken, das haben wir im Moment geändert auf Samstag, 20 Uhr. Also da sollten mehr Leute Zeit haben. Von dem her. Wir sind da auch verhandlungsbereit. Es sollte jetzt nicht an der Aufnahmezeit scheitern. Und ich werde mal die anderen wieder besuchen gehen. Klopf, klopf. Ja, ja, die Folge ist vorbei. Jo, moin. Genau. So, ich hoffe, ihr wart produktiv. Für euch. Ja. Ich auch etwas, aber nur etwas. Ich hoffe, das wird nächste Folge besser. Wenn ihr das wissen wollt, dann schaut einfach morgen wieder rein. Wie gewohnt, 18 Uhr. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss.